Lisa mit einem Death Note? Ja, ihr seht es richtig. So sieht die Death Note Parodie der Simpsons aus, die speziell für Halloween gemacht wurde. Lisa soll in die Rolle von Light Jagami schlüpfen und ihr Bruder Bart in die Rolle von Ryuk. Die Visuals sehen richtig gut aus. In den USA ist die Folge schon draußen, aber wann diese hierzulande zu sehen sein wird, ist bislang noch unklar. Über ein Like würde ich mich am Ende noch freuen.